Ah, da bist du ja! Ich bin's, Dario, königlicher Hausmeister am Tag und heimlicher Erfinder in der Nacht. Mit der Mission Novelmore vor jeglicher Gefahr zu schützen. Willkommen in meiner geheimen Werkstatt, wo all meine Erfindungen zum Leben erdeckt werden. Einige erfolgreicher als andere. Hier eine brandneue Konstruktion, die Harpunenkanone. Perfekt zum Erklimmen von Mauern und Erschrecken von Feinden. Das ist Phelan Fletcher, die mit nur einem Pfeilschuss sehr viel Schaden anrichten kann. Zu guter Letzt Waffenmeister Norman Norwick, der hinter einer mobilen Barriere Schutz findet. Sag niemandem, was du hier gesehen hast. Das ist unser Geheimnis.